Wieso gehe ich in die Zürich West? Es ist mehr, weil ich ein Ausgangsviertel bin. Ich kann gut in den Ausgang gehen. Ich kann gut eins trinken mit Kollegen und einen guten Treff. Seit wenig durfte ich verkehren. Das ist seit den Lehrzeiten. Dort ist es schon ein bisschen voller, seit 15, 16. Meine Lieblingsbar über den Mittag, also zum Essen, ist das Mexikanische. Sehr gut, kann man alles haben, Tappas, alles Mögliche. Ein gutes Margaritchen über den Mittag geht gut. Das Abendrestaurant ist Il Gallo. Eine gute Pizzeria zum Empfehlen, wenn man dort ist, in Zürich West. Eine gute Bar für den Abend ist der vierte Akt. Da bekommt man ein gutes Getränk für 24 Franken. Etwas Grosses. Dann ist man nachher ein bisschen durchgenommen. Wo einkaufen? Ganz ehrlich, ich kaufe nicht ein in Zürich West. Es ist nicht so mein Viertel zum Einkaufen. Was für mich bedeutet es? Das ist eigentlich nicht viel mehr. Einfach nur zum Aussehen. Ich kenne es nur wirklich ausgangsmässig. Es ist mehr harte Viertel. Und was ich empfehlen würde, ist das Kino Aboton. Wenn man ein gutes Kino haben will, mit guter Soundanlage, soll man drin gehen. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.